Willkommen bei ProfiSchnapf.de hier in Impfingen. Ich habe heute eine wirklich ganz besondere Gruppe für Sie. Und zwar das Willi Schillig Black Label Modell Alessio Interm 20550 in Leder Wax Chocolate Z8354 mit elektrischem Ausziehsitz. Ein Stück, auf das wir schon lange warten. Wir haben schon mal die Gruppe gehabt, aber das ist lange her. Hier sind Knöpfe unsichtbar integriert und der Sitz schiebt um 20 cm raus. Sie haben eine legere Polsterung, weil eine Purfillmatte, eine daunenähnliche Matte, obendrauf verarbeitet wurde. So, und jetzt habe ich genügend Platz zum Chillen für eine ganze Familie oder für zwei bis drei Personen. Das Schaf hat den Chefplatz hier auf dem Longchair, aber auch ich muss mich nicht klämen. Und das Leder Wax ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Sie haben hier einen Griff, der ist einzigartig und ein natürlicher Schutz durch die Wachsveredlung, der seinesgleichen sucht. Ich möchte nicht zu viel schwärmen. Black Label war mal mein Kind bei Willi Schillig, da war ich dafür zuständig als Produktmanager. Und Alessio war natürlich meine Lieblingsgarnitur. Jetzt als kleine Formation, zwei Sitzer mit Longchair. Finden Sie die Garnitur ganz neu bei uns, sicherlich nicht lange da. Für 2.490 Euro Abholpreis inklusive Sitzauszug, inklusive dem Top-Leder. Ich weiß nicht, wo Sie das sonst noch bekommen wollen. Ich glaube nirgends. Deshalb nur einen machen wir glücklich. Sind Sie das? Würde mich freuen. Wann kommen Sie nach Empfingen? Dann schnappen Sie zu. Dankeschön. Hier Lutz Reinhardt. Und tschüss.